So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute stelle ich euch die 10 Konvertible Marktbanknote aus Bosnien und Herzegowina vor. Also auf der Vorderseite sehen wir Mechmadalja Magdista, das war ein bosnischer Dichter, genau. Und auf der Vorderseite sind halt Sicherheitsmerkmale hier einmal das Wasserzeichen. Dann haben wir diesen eigentlich relativ modernen Sicherheitsfaden. Sowas gibt es dann noch auf den neuen Banknoten aus Saudi-Arabien. Genau. Dann haben wir noch einen Sicherheitsfaden. Ja. Und diese Omron Rings. Hier sieht man ja diese Game-Punkte, weil das sind über diese Omron Rings, genau. Dann zur Vorderseite, äh, zur Rückseite. Da sieht man halt ein Stejak-Fragment. Und das sind mittelalterliche Grabsteine und die findet man eigentlich in ganz Bosnien. Und, ähm, ja, als Sicherheitsmerkmal hier haben wir dann noch diesen Glanz-Effekt. Da 10 km, also Konvertible Mark. Dann wird das Geld ausgegeben von der Centralner Bank aus Bosnien-Herzegowine. Ja, und die, ähm, diese 10-kompatible Mark, also es war früher an die D-Mark gebunden, im Verhältnis 1 zu 1. Und, ja, Deutschland hat ja bekanntermaßen die Euro bekommen. Und, ja, dann ist der Wechselkurs ja quasi gleich geblieben und, also von, also es ist quasi gleich geblieben im Verhältnis zum Euro. Also, er ist genauso viel wert quasi wie die D-Mark. Heute rechnet man so 1 zu 2 quasi. Also für 2, äh, Mark muss man einen Euro bezahlen. Genau, und das Besondere in Bosnien, an den bosnischen, ähm, Mark ist halt, dass es zwei, ähm, Serien, ähm, im Umlauf gibt, die aber bei dem ganzen Land uneingeschränkt gültig sind. Also es gibt ja mehrere, äh, ethnische Gruppen. Und, ja, die, es gibt dann einmal noch halt die Serie für die Republikas Ripska und eine für die Föderation, für die restliche Bevölkerung quasi. Und das ist der hier halt für die Föderation. Und, ja, wie gesagt, beide sind im ganzen Land gültig. Und, ähm, das gibt's bei jedem Schein, außer beim 200er, da gibt's nur einen. Genau. Ja, das war's eigentlich zu dem, zu der Banknote. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.